Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier Sparaten sind meine Befehl zu wieder setzen! Oh, meinst du das einfach genommen? Der Militär hat mir verlogen! Jeder hat mir verlogen, sogar hier es ist! Die gesamte Generalität ist dem Zweite als ein Haufen niederverrestiger Treue unserer Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass Sie Soldaten, die für Sie verbinden... Nicht als Feindlinge! Verreißer, Verzahler! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch kein Schmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generare, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lachen, wenn man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktion in der Oberhine. Es hat mich gehen, nur als es gegen Widerstand! Ich habe ihn weggelegt! Ich hatte gut daran getan! Von Jahren alle hoeren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war leer von der Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Robber erobert! Verräter! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt dem deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Zaufe in ihrem eigenen Blut! Die Befehle sind in den Wind gesprungen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, erinnern Sie sich, der freundlich, eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Untertitelung des ZDF, 2020